Geschätzte Bevölkerung der Marktgemeinde Sekau, als neue Kommandantin der Freiwilligen Feuerwehr Sekau lade ich Sie herzlich zum Florianikirchgang mit anschließenden Frühschoppen in die Feuerwehr am 15. Mai um 9 Uhr ein. Die Feuerwehr ist ein wichtiger Bestandteil jeder Gemeinde und trägt in vielerlei Hinsicht zum Schutz und zur Sicherheit der Bevölkerung bei. Damit wir für den Ernstfall bestens vorbereitet sind, treffen wir uns regelmäßig zu Übungen, wo einsatzneue Szenarien als Einsatzübungen oder Schulungsübungen durchgeführt werden. Es freut uns natürlich, wenn wir hierfür verschiedene Orte oder Objekte in Sekau beüben dürfen. Auch verschiedene Wettbewerbe und Prüfungen für Leistungsabzeichen begleiten uns jedes Jahr. Dies sind zum Beispiel 1 zu 8, Atemschutz, Funk oder Technik. Auch mit der Jugend werden laufende Übungen abgehalten. Sie sind in der Feuerwehr ein wichtiger Teil, auf den wir weiterhin aufbauen werden. Sowohl die Handhabung der Gerätschaften als auch theoretisches Feuerwehrwissen werden Ihnen beigebracht. Damit Spiel und Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es laufend Ausflüge und Jugendwettbewerbe. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass es nie zu spät ist, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Wir freuen uns über jeden Zugang und jede Unterstützung. Im Namen der Feuerwehr Sekau darf ich mich recht herzlich für Ihre Spenden bedanken und würde mich freuen, wenn wir Sie beteiligen! Bis zum nächsten Mal.